. Schöner Leben mit Licht. Denn Licht macht aus jedem Raum eine Bühne. Forum Licht befindet sich in der Überseestadt Bremen. Dort entwickelt das Unternehmen individuelle Lichtlösungen. Von der umfangreichen objektbezogenen Planung bis zur praktischen Umsetzung. Dabei sind wir auf Neuinstallationen genauso wie auf die Modifikation von Bestandsanlagen spezialisiert. Insbesondere stehen dabei heute gestalterische und energiesparende Lichtlösungen im Vordergrund. Durch Qualität und Design ausgewählter Leuchtenhersteller und innovative Technik stellen wir Lebens- und Erlebnisräume in geschmackvolles und komfortables Licht. Seit über 15 Jahren planen und beraten wir in Zusammenarbeit mit Architekten, Planern und Objekteinrichtern. Forum Licht hat sich durch die professionelle Arbeit bei Banken, Praxen, öffentlichen Einrichtungen, Außen- und Industrieanlagen sowie privaten Bauherren einen guten Namen eingebracht. Flexible Lichtlösungen sind die Basis zur Entwicklung branchenspezifischer Beleuchtungskonzepte, die Zeitgeist und gewünschtes Ambiente gleichermaßen vereinen. Forum Licht – Ihr Partner für professionelle Architekturbeleuchtung. Hochschule Musik Amén